Im Sommerhaus der Stars mussten nun kurz vor dem Halbfinale zwei der fünf übrig gebliebenen Paare die Heimreise antreten. Über den Einzug ins Halbfinale entscheiden nun nicht mehr die Nominierungen, sondern knallharte Challenges. Wer hier am schlechtesten abliefert, fliegt direkt aus der Show. Beim Spiel Ich halt dir die Stange mussten die Paare versuchen, in schwindelerregender Höhe Herzen zu sammeln und zu klettern. Die kürzeste Distanz legten beim Kletterparcours Mike und seine Frau Michelle zurück und mussten daher ihre Koffer packen. Überraschend kam der Exit für Mike und Michelle allerdings nicht. Schon vor dem Spiel äußerte Mike seine Bedenken gegenüber Lars. Life goes on, aber das wäre zu früh für mich, wenigstens unter die ersten drei. Kurz vor ihrem Auszug gab sich Mike dann wieder gewohnt selbstsicher. Ich glaube, erst jetzt begreifen sie, was für Typen Mensch wir beide waren, was wir für ein krasses Paar sind. Das wurde manchen erst bewusst, als sie gesehen haben, Scheiße, die sind jetzt weg. Bei Twitter überschlagen sich seither die freudigen Botschaften von Zuschauern, die das Ausscheiden von Mike und Michelle feiern. Woah, Auch beeEEss Heavy und sie bekommen haben die Vielen Dank.